Hier seht ihr dann die Luxus-Karosserie. Ein Luxus-Auto nach dem anderen. Im HL Verlando. Es ist schon sehr nobel, wenn man hier in Miami ist. Das muss man einfach mal schön gemacht haben, hier rumgebummelt und einfach ein bisschen sehen und gesehen werden. Hier gibt es überall Likör, Champagner, Hotkeys, Cognac, alles was man braucht. Hier gibt es überall Likör.